Wow, dieses Level, Leute. Ist echt cool gemacht. Das war ein kleines Schwein, sieht halb gegrillt aus. Hallöchen! Achso, ich habe fast was vergessen. Ich war gerade so geflasht, dass die Tigis wieder da sind, dass ich ganz vergessen habe, dass das hier auch geht. Okay. Okay. Meine Güte, der bringt's. Oh, wow. Diese, diese Pants-Money einfach. Diese Wortwitze. Okay, das ist cool. Das Level hatte ich auch noch nicht. Irgendwie kann ich mich an dieses Level nicht erinnern. Wisst ihr, ich habe ja schon mal einen Speedrun zu dem Level, äh, zu dem Game gesehen. Oh, wow. Ich habe ja schon ein paar Tropical Free Speedruns gesehen. Deswegen dachte ich eigentlich, ich wäre ganz gut aufgestellt. In der Hinsicht. Ähm, wie soll ich jetzt innen rankommen, bitte? Das war schlecht. Dann nehme ich die nochmal mit, weil ich da weiß, dass ich ein Herz kriege. Okay, so kommt man ans M ran. Oder ans N. Das Flammtroll. Das ist ein Herz. Okay, da brauche ich die Sixie. Also, ganz ehrlich, das hat gestunken, das hat gestunken nach Puzzleteil. Ja, ich weiß, dass die Feenbedienung low ist, Dankeschön. Die hält aber noch ein bisschen. Ich habe das Honig eingesammelt. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, was das für ein Level sein wird, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist das nur für ein Ding da drüben? Ähm, warte mal ganz kurz. Ich werde mal kurz hier einen Abflug machen. Es war zu klar, dass da unter Wasser irgendwas ist. So, und dann würde ich mal sagen... Okay. 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 für absicht keine sorge nur ich will das k eigentlich nicht missen ja wo sollte ich auch nicht müssen ich kann die level halt nicht ja 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 da ist so ok es ist ein schlechtes level mir gefällt die musik ganz gut ist halt das ruhigste thema von denen ja 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 Das stinkt so nach Puzzleteil. Nicht mal? Okay. Naja, wahrscheinlich weil wir jetzt hier eins haben. Da ist wieder ein Puzzleteil gewesen. Ich weiß, dass ich im vorigen Level das O vergessen habe. Das ist mir durchaus klar, Manni. Ich muss nur das Level sowieso noch mal machen, weil ich da Squawks brauche. Weil ich in Puzzleteilen keine Ahnung hätte, wo die sein könnten. Holy crap. Machen wir erstmal das extra Level. Ich finde ehrlich gesagt das ruhigere Thema nicht ganz so cool. Swing dich durch. Gehen wir nochmal rein. Hallöchen, Rikkelt. Willkommen in der Streaming-Rikkelt. Okay. Wenn du deine Glückwunsch möchtest, ist das okay. Ich habe es schon wieder getan mit Diddy. Kongletters brauche ich nicht mal, aber ein paar Puzzleteile fehlen mir. Ich habe ein Gefühl, dass eins am Ende ist und eins habe ich sowieso übersehen. Also, es dürften die zwei sein. Das haben wir mitgenommen. Okay. Autsch. Das war dumm. Okay. Und zwar da oben. Das war dumm. Immerhin haben wir das Puzzleteile, das wir brauchen. Schaut bei hinten auf die Pinguine. Das ist so gut. Einfach so gut. Okay, der ist unten. Der ist unten. Der ist oben. Der ist oben. Der ist unten. Der ist oben. Wow, bin ich doof. Eigentlich wollte ich noch nicht raus. Ich wollte mich noch umschauen. Weil das Ding noch irgendwo das Puzzleteil gewesen wäre. Gibt es da noch einen Ausgang? Gibt es da noch einen Ausgang? Aus dem Level? Es sieht verdammt danach aus, als ob es da noch einen gibt. Deswegen... 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 Ich meine, ich wüsste jetzt echt nicht, wo es da noch einen Ausgang geben sollte. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo es da noch einen Ausgang gibt. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo es da noch einen Ausgang gibt. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo es da noch einen Ausgang gibt. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo es da noch einen Ausgang gibt. Da war das Puzzleteil. Da war das Puzzleteil. Da war das Puzzleteil. Da war das Puzzleteil. Da war das Puzzleteil.